Das neue Seemonster von der Season 1 ist endlich da. Was es drauf hat und wo ihr es finden könnt, zeige ich euch in diesem Video. Dranbleiben lohnt sich. Servus Piratenfürsten, auch in dieser Woche gibt es neuen Content für Sky and Bones. Und zwar ist das zweite Seemonster ins Spiel reingekommen. Und das schauen wir uns natürlich an, wo ihr es herbekommt. Außerdem habe ich für euch so auch ein paar Tipps. Ganz wichtig, das Seemonster ist nur vom 5. März bis zum 26. März verfügbar. Also ihr solltet das auf jeden Fall in dieser Zeit handen. Das lohnt sich auch. Warum, das zeige ich euch auch gleich. Ich befinde mich jetzt hier schon an der richtigen Stelle. Ihr seht, das Seemonster greift mich schon an. Ich bin echt gespannt, ob ich es jetzt hier Solo schaffen kann oder nicht. Ich habe extra das Tankschiff genommen, dass ich ein bisschen resistenter bin, weil der Kollege jetzt hier auf Level 11 ist. Mal schauen, ob er jetzt hier nochmal auftaucht. Ist im Endeffekt eine andere Variante vom Standard Seemonster. Finde ich ein bisschen schade, aber schon in der nächsten Season kommt dann ja der Megaladon neuer Hai. Der Urzeitriesenhai. Macht es hier gerade ein bisschen schwer, das Seemonster zu fighten. Die ganze Zeit unterm Wasser. Falls ihr eine gute Waffe kennt, wo man easy das Seemonster jagen kann, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ein bisschen schweren Schaden habe ich jetzt hier auch schon abbekommen. Ein paar Mal getroffen, aber oha. Trotz Block irgendwie massiv Schaden abbekommen. Das könnte es schon eventuell direkt gewesen sein. Wenn er mich jetzt hier gleich nochmal trifft. 48, 41 Sekunden dauert es, bis ich mich nochmal reparieren kann. Und er kommt nochmal direkt auf mich zu. Sieht überhaupt nicht gut aus. Kann sein, ich gehe jetzt hier schon direkt unter. Er kommt von unten. Okay, krass. Aber der Block hat immerhin gehalten. Wirklich schwierig zu treffen. Also auch schon das erste Seemonster hat natürlich deutlich weniger Leben. Von dem her okay. Aber jetzt auch trotz Heilung jetzt nochmal hat es leider nicht ausgereicht. Sobald man wirklich getroffen wurde, kann man eigentlich schon sagen, man braucht da nicht nochmal reingehen. Weil ich habe jetzt hier fast die Hälfte an schweren Schaden. Kriege ich jetzt nicht mehr repariert. Und da bin ich normalerweise, würde ich sagen, One-Hit. Sollte ich jetzt irgendwie nicht bloggen oder es geht gerade nicht. Müsste der mich direkt wegnatzen. Auf jeden Fall eher eine Quest, würde ich behaupten, für die meisten von uns. Wo man einfach zusammen reingeht. Vielleicht mit einem Zweier- oder Dreierteam. Desto mehr, umso besser. Und das ist natürlich jetzt hier Worst Case. Ja, der Seugenpirat hier ebenfalls noch mit am Start. Und jetzt noch das Seemonster. Ich hoffe, das Seemonster hilft ein bisschen. Wäre natürlich von Vorteil. Aber sieht so aus, als hätte es auf mich Bock. Beim ersten Mal hat es mich jetzt leider zerstört. Aber ich hatte noch morgens eine Gruppe zusammen sammeln. Und wir haben dann zusammen zu fünf das Monster gehandelt. Und da war es natürlich super easy. Mit der Halbkanone ging es echt gut voran. Durch den kleinen, kurzen Burstschaden hatte man einige Ticks. Aber auch mit Mörser, wenn man gut zielt, konnte man sehr guten Schaden machen. Wir hatten noch einen Heiler mit dabei, der dann immer wieder den Schaden hochgeheilt hat. Und so ist, glaube ich, nur einer von uns einmal draufgegangen. Ansonsten konnten wir das Monster gut handen. Und kann euch empfehlen, ebenfalls als Gruppe vorzugehen. Ein Heiler ist nicht verkehrt. Und dann mit Nahkampfwaffen das Monster zu zerfetzen. Die Vollkanone ist auch nicht verkehrt, wenn man eben trifft. Warum solltet ihr jetzt dieses neue Seemonster unbedingt jagen? Und zwar gibt es einen extrem geilen Rumpf, den ihr durch dieses neue Seemonster herstellen könnt. Und das, den gibt es eben hier bei diesem Händler. Ouroboros heißt diese Panzerung. Die kann man schon vorab durch das normale Seemonster kaufen, wenn man 50 Zähne hat. Man konnte sie bis jetzt aber nicht herstellen. Denn man braucht eben, wie hier oben sehen können, vier Schuppen von einem neuen Seemonster. Und diese Schiffspanzerung ist einfach verdammt stark. 15% des Schadens in Deckung repariert den Rumpf. Also man kann sich heilen, wenn man in Deckung Schaden abbekommt. Das ist natürlich mega stark. Und auch so hat das eben sehr gute Werte, wie ihr hier sehen könnt. Und es lohnt sich auf jeden Fall dadurch, das neue Seemonster zu machen, um eben diesen Ouroboros-Panz endlich herstellen zu können. Wer noch nicht weiß, wo man diesen Bauplan herbekommt, bin jetzt hier einfach mittig auf der Karte. Bei dem Kollegen kriegt man auch immer die Quest für das normale Seemonster. Kann man alle 24 Stunden annehmen. Und dann eben, ja, seht ihr auch hier bei mir, Seemonster aus der Tiefe kann ich jetzt hier wieder annehmen. Dann kann man das handen, bekommt eben die Zähne raus. Hier als Extra-Tipp, wenn ihr mehrere Leute seid, nehmt die Quest nicht gleichzeitig an, sondern einzeln nacheinander. Dann könnt ihr mehrmals das Monster handen, bekommt schneller diese 50 Zähne und könnt natürlich auch schneller diesen Ouroboros herstellen, wenn ihr dann das neue Seemonster besiegt habt. Wenn ihr die Quest abschließt, bekommt ihr außerdem noch eine geheimnisvolle Truhe. Und die habe ich hier auch geöffnet und habe Urzeitbestienhände herausbekommen. Wir haben scheinbar auch ein neues Set, weil wenn ich hier zu diesem Händler gehe und dort draufgehe, dann ist es hier auf jeden Fall nicht zu kaufen. Mal schauen, was das Monster alles droppt an Rüstungs- oder wie soll ich sagen, an Klamotten, an Outfits. Bin ich mal echt gespannt. Wie kommt ihr an das neue Seemonster ran? Und zwar geht ihr einfach nach St. Anne und geht an das Kopfgeldbrett. Und dort ganz unten seht ihr dann den Auftrag Stufe 11, Schlund der Vergeltung. Könnt ihr annehmen. Gibt 10.000 Gold und eben auch noch eine separate Truhe Silber, eher gesagt. Und danach fahrt ihr dann einfach zur besagten Stelle und findet dann eben das neue Seemonster. Was richtig geil ist, wenn ihr den Schlund der Vergeltung abschließt unter den Herausforderungen, ist das eben auch nochmal was zum Leveln für den Schmugglerpass. Ihr seht das fast ganz unten, linke Seite, schließe den Auftrag ab, Schlund der Vergeltung und muss das Monster eben einmal töten. Und dann bekommt man 2.000 Punkte. Der bedeutet, ihr bekommt zwei Marken für den Schmugglerpass. Und das ist natürlich schon extrem nützlich. Meines Wissens nach könnt ihr diese Quest einmal am Tag annehmen. Wenn ihr aber eine größere Gruppe seid, dann könnt ihr öfters am Tag das Monster handen. Hier ist ganz wichtig, einer nimmt die Quest an. Ihr geht alle zum versammelten Ort, killt das Monster zusammen. Und bevor der eine die Quest abgibt, gehen alle anderen aus der Gruppe raus. Und dann gibt der eine die Quest alleine ab. Und die anderen können dann nochmal ihre Quest am Kopfgeldbrett annehmen. Solltet ihr dann in der Gruppe drinnen sein und der Kollege gibt die Quest ab, dann verschwindet sie bei euch aus dem Kopfgeldbrett. Deswegen ganz wichtig, die Gruppe davor verlassen. Und so könnt ihr öfter das Monster jagen und schneller an das Material, an den Loot rankommen. An der Stelle habe ich für euch noch das kostenlose Monatsgewinnspiel. Ihr könnt gerne alle mitmachen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort kann der Gewinner dann immer einen Wunschartikel aus dem verfügbaren Sortiment sich raussuchen. Wie zum Beispiel Avatar hat sich von euch einer rausgesucht. Elden Ring zum Beispiel oder auch FC24. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, kostenlos. Ihr müsst euch nur registrieren, damit der Gewinner benachrichtigt werden kann. Und dann ganz wichtig, auf Teilnehmen klicken. Wer auch so gerne bei meinem Partner vorbeischauen möchte, gibt richtig coole Mitgliedschaften. Deutlich reduziert, wie zum Beispiel die 60er Karte jetzt einfach von Playstation für 49, 99, 17% Rabatt. Ihr seht, es gibt auch viele andere. Richtig geil. Und auch auf PC gibt es auch deutlich günstigere Keys. Wie zum Beispiel von Dragon's Dogma 2, wer jetzt schon vorbestellen möchte, bis zu 32% Rabatt. Das ist schon eine mega coole Sache. Wer mich unterstützen möchte, muss über die Links in der Videobeschreibung einkaufen. Ich danke euch für euren babamäßigen Support. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, geholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wer eine Frage hat, kann sie einfach in die Kommentare reinschreiben. Wenn ich sie weiß, kann ich sie euch beantworten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zocken und guten Loot. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.